Diese Woche in Berlin tanzt die schweißtreibende Ausbildung an der Staatlichen Ballettschule Berlin, das Tanztreffen der Jugend mit den Siegern des Bundeswettbewerbs der Berliner Festspiele, Dialogic Movement und die Begegnung von urbanem und zeitgenössischem Tanz, der Salsa-Kongress mit Tänzern aus der ganzen Welt, die Rückkehr des Broadway Musicals Chicago nach Berlin und ein tänzerischer Rückblick auf 20 Folgen Berlin tanzt, Berlin tanzt am kommenden Samstag um 16.45 Uhr, 20.45 Uhr und 23.45 Uhr und am Sonntag um 21.45 Uhr und 23.30 Uhr auf TV Berlin. Einschalten und genießen!